Der plappende Kaplan klebt klappbare Pappplakate an die Wand der klappenden Kapelle. Damit prangert er die katholische Kirche an und all die zahlreichen Missbrauchsfälle. Ein bisschen wie seinerzeit Luther mit seinen 95 Thesen, nur ist die Kirche heute noch kaputter als sie damals schon gewesen. Bestimmt nimmt irgendein Abt die klappbaren Pappplakate wieder ab und kommentiert dann wieder nur knapp Missbrauch. Ach Papperlapapp.